Hello, es geht hier um ein klassisches Problem und es gibt auch eine klassische Lösung und zwar ist die vielleicht erstmal nicht ganz so verständlich, aber ich probiere das hier ganz schnell und anfänglich zu klären, was die Magie hinter diesem Backtracking-Algorithmus ist. Beim Damenproblem möchten wir einfach so viele Damen wie möglich auf einem Schachbrett platzieren. Dame, die kann ja horizontal, vertikal und diagonal alles schlagen. Und als erstes muss man sich die mathematische Beschränkung bewusst machen, dass man definitiv nicht mehr Damen als man Reihen hat auf einem Schachbrett platzieren kann, aber genauso viele können wir eben platzieren. Das heißt, auf einem 4x4 Schachbrett können wir niemals mehr als 4 Damen platzieren. Im Kehrschluss bedeutet das, wenn wir 4 Damen auf einem Schachbrett platziert haben, dass 4x4 Felder groß ist, wissen wir, wir haben eine Lösung gefunden. Und er funktioniert dann im Grunde so, wir platzieren in der ersten Reihe eine Dame, probieren in der nächsten Reihe eine Dame zu platzieren und sobald wir in einer Reihe keine Dame platzieren können, wissen wir, das funktioniert so nicht. Dann springen wir zurück und tun die Dame in der Reihe darüber um 1 versetzen. Und irgendwann haben wir damit alle Kombinationen einfach abgedeckt, die möglich sind. Kurzer Einschub. Ich möchte noch mal kurz hier jetzt den Algorithmus durchgehen bei unserer rekursiven Funktion. Wir rufen sie auf und wir probieren an der ersten Stelle eine Dame zu platzieren. Wir können das, es ist ja noch keine da. Und dann wird eben hier in dieser If-Verzweigung, wir haben jetzt gerade eine Dame platziert am ersten Feld und jetzt rufen wir wieder unsere Funktion auf, aber wir schieben dabei die Reihe x am 1 weiter. Das heißt, hier probieren wir jetzt wieder eine Dame zu platzieren und die Schleife probiert eben entlang einfach eine Dame zu platzieren. Schaut jedes Mal nach, ist das möglich? Und wenn nicht, gehen wir ein Feld weiter. Nun hier ist es wieder möglich und wir rufen ein drittes Mal unsere Funktion auf. Die versucht dann in der dritten Zeile die Dame aufzustellen, kann das aber nicht. Und dann wird das erste Mal diese Vorschleife komplett durchlaufen und jetzt falsch von der Methode zurückgegeben. Und das ist im Grunde das Signal an den Aufruf davor, dass wir unsere Dame doch noch weiterschieben müssen. Das heißt, wir springen zurück in den Aufruf davor und müssen jetzt erst unsere Dame wieder entfernen, wo wir sie gerade gesetzt haben. Dann beginnt die nächste Iteration der Schleife und wir platzieren unsere Dame 1 weiter. Nun, dann haben wir wieder einen Aufruf, platzieren wieder die Dame, versuchen dann im nächsten Aufruf, dem vierten Aufruf, der stellt jetzt fest, wir können in der letzten Reihe keine Dame platzieren. Das heißt, der gibt auch wieder falsch zurück. Wir springen zurück zu dem Aufruf, können unsere Dame hier auch nicht irgendwo anders platzieren, geben zum Aufruf davor zurück falsch. Der kann auch die Dame nirgendwo mehr in der Reihe platzieren. Und jetzt wird der erste Aufruf unsere Dame um 1 weiter schieben und das Ganze wieder von vorne beginnen. Wenn eine passende Kombination gefunden wurde, wird sogar ein fünftes Mal hier bei einem 4x4-Feld diese Methode aufgerufen. Und jetzt wird dann oben die Terminierung ausgeführt. Und die gibt einfach nur wahr zurück. Und zwar zurück an unseren vorherigen Aufruf. Und dieser darf dann auch wahr zurückgeben an den vorherigen Aufruf. Und dann löst sich unser ganzer Stack hier im Grunde auf. Und der erste Aufruf gibt auch wahr zurück. Und das Problem wurde gelöst. Wir werden jetzt ein zweites Prinzip verwenden und zwar teile und beherrsche. Wir trennen bei diesen, wenn man diese Programmieraufgabe bekommt und dann vielleicht gerade noch so die Basics so halb drin hat, wo, wie war das mit mehrdimensionalen Arrays, dann ist das auf jeden Fall eine etwas schwierigere Aufgabe. Aber man trennt das dann eben. Wir müssen uns jetzt erstmal einfach Gedanken darüber machen, dass wir ein Schachbrett abbilden, dass wir eine Dame platzieren können, dass wir herausfinden können, auf welchem Feld eine Dame geschlagen wird. Und dann müssen wir das testen. Und dann können wir uns über diese Kernkomponente Gedanken machen. Die, die ich gerade erwähnt habe. Und das ist dann eigentlich nur noch zehn Zeilen von denen insgesamt circa, keine Ahnung, 100 plus irgendwas Zeilencode. Das ist das Erste, was wir brauchen. Ich werde das alles hier in der Main machen. Man kann das aber am besten besser ist, wenn man das alles in eine eigene Klasse auslagert. Wir werden hier auf jeden Fall halt ein Feld erstellen. Und ob jetzt der Benutzer angibt, wie groß dieses Feld sein wird, also sagen wir ein 4x4 Schachbrett oder 5x5, ist ja egal, wie das reinkommt. Damit können wir jetzt dann unser Feld erstellen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann brauchen wir auf jeden Fall hier irgendwie eine Funktion für die Ausgabe. Ich hätte gerne eine Funktion, um das Feld zurückzusetzen. Ich werde das Feld mit Integer-Variablen abbilden. Einfach aus dem Grund heraus. Dann kann ich auch weitere Spielfiguren auf dieses Feld setzen, was eigentlich nicht nötig ist. Deswegen klassischerweise hat man hier ein zweidimensionales Array mit boolischen Werten. Das funktioniert genauso. Aber in manchen Programmen hier sprachen wird, werden Booleans als 0 und 1 dargestellt. Hier als True und False. Und wenn ich direkt ein Integer-Array verwende, kann ich es einfacher visualisieren an der Konsole. Deswegen verwende ich jetzt hier für das Schachbrett ein Integer-Array, das zweidimensional ist. Und das ist mein Feld. Und das kann ich jetzt auch gleich initialisieren mit unserer Feldgröße. Und ich werde das dann auch in manchen Funktionen mit einem In-Parameter reingeben. Das heißt, die Funktion, der wird erlaubt, Änderungen auf diesem Feld zu machen, die außerhalb der Methode dann auch Gültigkeit haben. So, wir brauchen eine Ausgabe-Funktion. Wir brauchen eine Reset-Funktion. Methode ist besser gesagt. Und dann werden wir irgendwie herausfinden müssen, ob wir halt quasi eine weitere Figur dahin setzen können. Also, ob dieses Feld, das wir jetzt untersuchen, ist Feld sicher. Oder zum Setzen. Wenn wir eine Dame gesetzt haben. Gut, die drei Methoden schreiben wir jetzt eben mal. Am besten, wie gesagt, Pause drücken, selbst schreiben. Das ist definitiv Programmieren 1. Die ersten zwei Methoden. Als nächstes schreiben wir jetzt die Methode, ob wir eine Dame auf ein Feld setzen können. Wenn wir jetzt ein Feld überprüfen wollen, werden wir das an die Methode übergeben. Zum Beispiel das Feld 1, 2. Und in der Folge müssen wir dann einfach überprüfen, im Grunde, ob irgendwo auf der 1er-Reihe eine Dame sitzt. Ob auf der 2er-Zeile oder wie auch immer. Also, ob im Kreuz irgendwo eine Dame zu finden ist. Und dann prüfen wir, ob diagonal eine Dame zu finden ist. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, dass wenn man die Koordinaten zusammen addiert oder voneinander abzieht, jeweils im Betrag oder in der Differenz, alle diagonalen Felder dazu dieselbe Zahl haben. Ich visualisiere das irgendwie hier und dann wird das sicher, denke ich, ganz klar. Und dafür werde ich wiederum Hilfsmethoden schreiben. Also, wir haben eine Methode, die sagt mir jetzt, ob das Feld sicher ist. Wir übergeben das Feld und die Koordinate, die wir überprüfen wollen. Und dann wird das Feld sicher. Und falls das der Fall ist, dann wissen wir, wir können da was hinsetzen. Und falls das Ganze nicht der Fall ist, dann geben wir false zurück. Bei der Diagonalen, wie gesagt, werde ich jetzt anfangs einmal die beiden Differenzen berechnen. Also einmal x minus y. Ja, das eine wäre jetzt die Summe, aber sei es drum. Dann gehen wir einmal durch das komplette Feld durch und werden jeweils, wenn wir ein Diagonalfeld finden, dieses überprüfen. Also wir gehen durch das Array-Code durch, schauen nach, ob wir entweder quasi eines auf der einen Diagonalen gefunden haben oder auf der anderen Diagonalen, falls das der Fall ist, schauen wir nach, ob eine Dame hier gesetzt ist. Also das Feld mit einer 1 gekennzeichnet ist und in dem Fall gibt die Methode falsch zurück. Damit wir wissen, wir dürfen hier keine Dame setzen. Und falls alles durchläuft, wissen wir, es ist okay. Okay, so, dann jetzt testen wir das am besten einmal. Dafür werde ich jetzt noch eine zweite Methode schreiben. Und zwar, wie gesagt, das wird definitiv wahrscheinlich so in keiner Aufgabenvorstellung vorkommen. Wir werden jetzt einfach mal manuell eine Dame irgendwo hinsetzen auf ein Array und dann werden wir eine neue Methode schreiben, die ist jetzt nur zum Testen und die probiert einfach überall dort, wo keine Gefahr ist, von der Dame geschlagen zu werden, einen Bauern hinsetzt. Also eine 2. Also wir gehen wieder durch unser Feld durch, schauen an jeder Stelle nach, ob das sicher ist vor einer Dame und falls das der Fall ist, setzen wir an der Stelle eine 2 hin. Eine Kleinigkeit war hier noch vergessen. Wir müssen hier der Methode erlauben, Änderungen an dem Feld vorzunehmen. Das schaut soweit sehr gut aus und jetzt fehlt uns für die Lösung des Dame-Problems wirklich auch nur noch eine Methode und das ist die Backtrack-Methode. Was müssen wir an diese Methode übergeben? Eigentlich nicht viel, wir brauchen einmal unser Feld. An diesem Feld wollen wir auch Änderungen vornehmen und ansonsten brauchen wir eigentlich nur die Reihe, in der wir uns gerade befinden. Und aus Faulheit heraus initialisieren wir die, falls die nicht als Parameter übergeben wird, mit 0. Ansonsten hätte ich sie vor dem Aufruf einfach mit 0 initialisiert, dann kann man dieses ist gleich 0 weglassen. Dann, wie gesagt, als erstes machen wir uns bei diesen rekursiven Methoden immer über unsere Terminierung Gedanken. Weil wenn das Ganze fertig ist, dann ist es halt fertig, so ungefähr. Was in diesem Fall wir konkret dann probieren, wenn wir nicht fertig sind, wir probieren, eine Dame zu platzieren. Dafür werden wir dann hier in einer Schleife durchgehen. Und ganz am Schluss, falls wir eben keine Dame platzieren konnten, dann müssen wir auch terminieren. So, wir sind fertig. Im Grunde ganz einfach, wir fangen hier bei x0 an, also in der obersten Reihe. Und wenn wir die letzte Reihe bearbeitet haben und dort eben erfolgreich eine Dame platziert haben, dann sollte diese Methode aufhören und alle weiteren Aufrufe beenden. Dann, damit der Compiler sich aufhört zu beschweren, schreiben wir hier return false. Und hier werden wir jetzt einfach durch unsere Reihe durchgehen und überall schauen, hm, können wir hier eine Dame platzieren. Und dafür brauchen wir wieder eine Schleife. Und als erstes schauen wir nach, ob das sicher ist. Wir übergeben da unser Feld und die Reihe, in der wir uns befinden und die y-Koordinate, die in dem Fall gerade von der Schleife kommt. Und wenn das Ganze sicher ist, dann werden wir dort eine Dame hinsetzen. Und dann müssen wir nochmal überprüfen, ob wir jetzt in der nächsten Reihe eine Dame setzen können. Und dafür rufen wir jetzt einfach wieder unsere Backtrack-Methode auf. Die wird ja hier sagen dann ja, wahr oder falsch. An die übergeben wir unser Feld und eben die x-Koordinate, aber jetzt nicht mehr dieselbe, weil es macht keinen Sinn, nochmal dieselbe Reihe zu überprüfen, sondern wir überprüfen die nächste Reihe. Und ich könnte das so stehen lassen, aber um das deutlicher zu machen, also falls das wahr ist, dann wissen wir, wir haben erfolgreich in der nächsten Reihe eine Dame gesetzt. Dann können wir das hier auch beenden. Aber falls das eben nicht der Fall ist, dann müssen wir unsere Änderung rückgängig machen. Dann müssen wir an der Stelle sagen, dass wir an der Stelle, an der wir die Dame gesetzt haben, die Dame wieder entfernen. Und um das jetzt noch so ein bisschen besser nachzuvollziehen vielleicht, was hier dann im Detail passiert, machen wir noch ein paar kleine Ausgaben rein. Hier sagen wir Node-Placable. Und jedes Mal, wenn wir eine Dame gesetzt haben, könnten wir hier einfach unser Feldeimer kurz ausgeben. Und dann sagen wir auch noch hier kurz, in welcher Reihe wir uns befinden. Also Backtrack und die Reihe. Eine Menge Code. Mal schauen, ob es läuft. Dann, wir haben hier ein resettetes Feld. Das heißt, hier rufe ich jetzt meinen Backtrack-Algorithmus auf. Und die Ausgaben sollten eigentlich ausreichen. Und mal schauen, ob wir einen Laufzeitfehler bekommen. Die Lösung schaut okay aus. Hier im Grunde ging es los. Backtrack 0. Dahin gesetzt, dahin gesetzt. Aber dann konnten wir in der nächsten Reihe keinen mehr setzen. Dann hat er hier quasi, ist er in der Reihe zurückgesprungen, hat die verschoben, hat dann hier eine setzen können, konnte aber unten keine mehr setzen. Und dann springt er zurück, versetzt die oberste Reihe nochmal eins, setzt die nächste hier. Und kommt dann schon direkt so ungefähr zur Lösung. Und dann geht es weiter. Vielen Dank.